Herzlich Willkommen bei S21BAU TV. Das ist so ein Zufall, dass der Nesenbach gerade auf meinem Weg zur Bahn liegt. Und zwar ist das der Ausgang vom Nesenbach-Typ. Überführung in den Bestand, also oben ist neu und unten links im Bild ist der Bestand. Da muss jetzt nur noch der Deckel drauf bzw. der Bogen. Dafür braucht es ein Mäuerle. Also rechts ist schon ein Stück gegossen. Und links gibt es gerade die Schalung. Oh je, jetzt habe ich wieder das böse Wort Mauer benutzt bei einer Seitenwand aus Beton. Darf man nicht. Ich laufe mal ein bisschen weiter, dann sehen wir noch die Seite hier rechts. Ja, das ist ganz frisch. Also heute Morgen oder Mittag betoniert worden. Und wenn das dann auf die gleiche Höhe betoniert wurde wie rechts, dann kommen oben drauf diese Bögen. Das hat den Vorteil, dass man innen keine Schalung braucht, die man dann ja nicht mehr rauskriegt so einfach. Bei der Gelegenheit laufen wir mal nach oben. Auf das Haltestellendach. Da gibt es nochmal einen schönen Überblick. Zunächst jedoch schauen wir hier vorbei. B14, Willebrandstraße. vom Ministerium für Innenrest. der B14, Willebrandstraße. der B14, Willebrandstraße. der B14, Willebrandstraße. Kurzer Schnitt von der anderen Seite geguckt. Und jetzt sind wir hier gleich auf dem Haltestellendach. auf dem Haltestellendach. der B14, Willebrandstraße. Die B14, Willebrandstraße. Die B14, Willebrandstraße. Der B14, Willebrandstraße. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.